So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Ganz genau. So, pass mal auf, wir machen wir auf Halbgas. Lass die weiter schön hier unsere Kohle exportieren. 119. Wird wenig, wird mehr, ne? Vorher hatten wir 139, war das nicht so? Ei, ei, ei. Die gute schwarze Kohle, Mensch. Mit ganz viel Fingerspitzengefühl aus der Erde geholt, jawohl, haben wir. So, wir können ja auch nicht hier den Sumpf vergiften. Das können wir ja machen, ne? Also das würde ja funktionieren. Ähm, wie ist denn gerade hier abfallender Assen? Mal gucken, wie das hier aussieht. Ähm. Wir können ja auch was hier rein kippen, ne? Was ist denn dichter dran? Oh, spielt keine Rolle, ne? So, wir brauchen jetzt mal Abwasser. Ab ist Wasser und zwar, Abwasseranschluss. Wer hältst du nicht, reicht sogar einer. Da reicht sogar einer. Da kannst du die Soße sogar in eine Richtung kippen. Das ist ja großartig. So. Da hin und weg mit Sheet. Wie man so schön sagt, ne? Alle sind versorgt. Die bauen wir da doch mal hin, ne? So. Und wir brauchen ein Abwassereinleitungs-Dingsbums. Das müsste irgendwie hier ran. Was garantiert nicht funktioniert. Nee, das geht so nicht. Toba, das geht so nicht. Das kannst du so nicht machen. Das geht nicht. Aber warum denn nicht? Wir müssen hier ein bisschen abschütten. Haben wir ein Bauamt? Dann garantiert nicht, ne? Natürlich nicht. Wir haben keinen freien Bagger. Warum eigentlich nicht? Seid ihr tatsächlich mal alle am Arbeiten, wa? Du hältst den Kopf nicht aus. Das sagt wenigstens schon mal was. Aber ich müsste irgendwie hier ein bisschen... Ich würde ja gerne und, ne? Aber wir können ja mal die Dollars nehmen ein bisschen, ne? Bisschen vorsichtig hier. Ganz, ganz vorsichtig. So. Reicht das schon? Geht das? Ich weiß das nicht. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir den Zippel da irgendwie so? Jawoll, ja. Ja, guck mal eine an. So. Da kommt die Soße rein. Jaha. Kommt sie. Äh, das muss immer bloß irgendwie gebaut werden, ne? Nein, das hat er gebaut mit Dollars. Ich glaub's jetzt nicht. Na gut. Brauchen wir uns da keinen Kopf mehr machen. Das geht schon. Kleines Abwasserrohr. Wie viel Jaure geht denn hier so durch? Haben wir da irgendwie Referenzzahlen für? Nehmen wir nicht. Ne, warte mal. Haben wir nicht, so wie es aussieht. Ach du Himmel. Was machen wir denn da? Ich glaube, ein kleines Rohr reicht, ne? Das ist nicht so teuer. Das ist günstig. Wir nehmen mal ein kleines Rohr. Kleines Röhrchen. Da mal hin. Wie sieht's denn aus unterirdisch? Schön. Doch, ja, ne? Zack. So. Kost uns. 21.000. Ja. Die nehmen wir. Das machen wir. Wir wollen ja nur nicht, dass die krank werden hier, ne? Oh, oh, vielleicht wäre das Kleine doch zu klein. Das muss erst mal ablaufen. Ja, das muss erst mal, guck mal hier, so sieht das doch aus. Ja, ja, das muss erst mal ablaufen. So. Kann ich lager exportieren Kies? Wohin mit dem Kies? Ach, der Kies. Wir kriegen den Kies nicht weg. Was machen wir da denn? Die Kohle ist viel interessanter. Ach, wenn der die Kohle mal wegkriegt. Das wäre auch mal ganz lustig. So, auf jeden Fall haben wir hier die Jauche schon mal durch. Äh, die ist schon mal weg. So. Haben wir. Jetzt wird schon wieder dunkel. Hallo Dani, schön, dass du reichst. Herzlich willkommen, moin moin. Der Ruf nach Ziegelfabrik und vollgemüllten Freilager. Juhu. Das fehlt uns. Ja, da müssen wir auch noch ran. Was ist denn hier los? Kein Trinkwasser, Gebäude, kein Strom. Strom, ja, Strom ist ein Problem. Ähm, Strom. Strom haben wir aber hier, ne? Strom ist nur hier fett, glaube ich, oder? Strom, Strom, Strom. Oh, hier, Strom. Aber welcher Idiot hat das im Verkehr drum gebaut? Welcher Idiot hat das im Verkehr drum gebaut? Weißt du was? Also ehrlich. Immer mit der Schaufel drauf. Ach Gott. Aber hier ist der Strom. Hier ist total der Strom. Hat nur eine große Leitung, ne? Haben wir hier was Kleines, Dünnes? Dahinde. Ganz dahinde. Das ist natürlich auch doof. Dann müssen wir eigentlich hier nochmal einen Verteiler bauen, wa? Müssen wir, wa? Wa? Äh, Landlandstransformator. Ja, da, sowas. Ach, das ist doch dieses Teil. Das ist doof. Das will ich gar nicht. Ich will den anderen. Ich will, ich will, ich will. Warum geht's eigentlich hier nicht? Weil, was? Muss ich sowas zurück? Aber warte mal. Nehmen wir lange, sind die Leitungen wieder rot am Leuchten. Jawoll. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ähm, Leistungstransformator. Hier oben hin. Den brauchen wir nämlich hier für. Für dieses Gebilde hier. Das wäre ganz cool. Das ist egal, wo ich den hinbaue, ne? Der ist überall, Panne. Und hier ist der Weg kürzer. Hier ist der Weg kürzer. Nehmen wir den doch. So, unterirdisches Kabel da mal hinoperieren. So, und zwar quer nach dort. Zack. Passt schon. Kannste bauen. Und dann müssen wir noch ein bisschen, äh, Strom ver... Genau, ne? Strom. Strom wäre hier ganz toll. Zwei Stück reichen, glaube ich, ne? Der ist eh belastet. Kannst du machen, weil du willst. Den musst du irgendwie ganz raus nach Spanien rausbauen. Dann passt das. Das muss so gehen. Dann umspannen, Dingsbums, aber rad hin. Und hier auch, ne? Dann haben wir das hier auch durch. Aber was mir auffällt, Müll brauchen wir auch noch. Müll brauchen wir auch noch ein bisschen. Ganz dezent. So ein bisschen. Äh, was ist denn das hier für ein Kabel? Das da. So, einmal von hier nach da. Hopp. Und dann einmal von da. Nach da hin da. So. Haben wir auch. Großartig. Ja, Mensch, wunderbar. Ja. So. Kann hinterbariert werden. Ähm. Wie weit ist das für dir? Ah, das ist fast fertig. Du, das ist fast fertig, du. Und das ist noch gar nicht, also, noch weit weg von, ne? Von fertig gebaut. Hohe Priorität. Mach das mal fertig, ne? Weil, weil, weil wir nicht schön. So, dann haben wir das, ne? Geld wird langsam knapp. Wir müssen langsam anfangen zu sammeln. Mal mit der, mit der, mit der, mit der Dose mal unterwegs sein, ne? Was ist denn hier los? Warum wird hier gewartet? Ah, hier wird ein Kreiswerker ganz lustig, ne? Ich glaube schon. Da, 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 da. Warum hat er da keine, warum hat er da keine Kreiswerker gebaut? Warum denn einfach nicht? Hm. Na gut, hier wird auch gebaut, ne? Die fahren ja auch den Weg rum, die Idioten. Ja, gut. Das sind dann jede 100 Arbeiter pro Schicht und Betrieb fällt in der Bekleidung. Plus die 80 pro Schicht in der Stofffabrik. Ja. Ja, ja. Wie gesagt, das sind drei Busse, die da hin und her fahren. Das passt ja schon. Wenn die voll beladen sind. Nee, wird nix werden. Das wird so nix werden. So, was mal auf. Das ist fertig. Da sind wir fast dabei. Was fehlt uns jetzt noch? Irgendwas fehlt hier noch, ne? Trinkwasser. Stimmt. Trinkwasser und Abwasser brauchen wir hier noch. Nee, brauchen wir nicht. Müssen wir haben. So war das. Abwasser. Aber wir haben irgendwo hier unten, da war noch irgendwo ein Jaucheranschluss, ne? Da hinten ist noch einer. Da. Da müssen wir hier, glaube ich, noch mal ran, ne? Ich glaube, die kriegen ihren Druck auch nicht weg, ne? Oder? Ja, noch geht's, ne? Also, ja, die sind nicht so schlimm, ne? Was ist denn hier? Haben die, haben die dann Schluss irgendwo? Nee, haben sie nicht. Der meckert aber nicht rum. Wasser ist gut, alles klar. Waren wir so, wie es ist. Okay. Dann müssen wir aber nochmal ran. Wassermäßig. Wir haben ja hier noch ein Wasserapparat. Wenn wir den weiter rüberziehen hier, dann haben die auf jeden Fall Wasser. Ne? Dann wird das gehen. Machen wir mal. Wenn wir schon mal da abwischen, weißt du was? Ach du. Ganz andere Sachen schon nicht hingekriegt. Dann soll das hier auch schon nicht klappen. Ähm. Wie rum denn? So, ne? Na? So. Was denn da wieder, was ist da wieder, ne? Im Sumpf. Wasser. Aber ich glaube fast, hier passiert ja noch mehr, ne? Hier ist ja nicht nur das hier. Hier wird ja noch mehr passieren. Da unten ist Wasser. Da ist ein wunderschöner Wasseranschluss. Guck mal hier. Da ist so einer, der schreit ja regelrecht nach. Ich will hier gebaut werden. Ich will hier gebaut werden. Ähm. Wo können wir da oben nicht ran? So will ich hin. Dann können wir da unten von der Pumpe wegholen. So. 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 Das ist, äh, ja eigentlich ziemlich egal, ne? Wie der hier steht. So rum. Zack. Da ein Wasseranschluss hin. Ein Wasserrohr. Kleine Wasseranleitung, leicht und direkt garantiert. Und zwar von da an an da. Und eine mittlere von... Jetzt die Frage, kriege ich ihn da raus? Hey. Meine Frau ist da. Geht nicht. Das geht. Null Meter. Aktuelle Höhe. Was? Geh mal runter. Ja, jetzt will er. Guck mal hier. So. Sechs Meter tief. Äh, immerhin. Infangstutio ist ein Weg. Warum? Sechs Meter tief. Sechs Meter ist da unten. So dahin und dann daran, ne? So. Das passt. Dollars. Mach hinne. Frostsicher. Ja, genau. Frostsicher auf jeden Fall. Dann haben wir da schon mal das Problem, nicht? Jetzt haben wir hier nochmal eine Wasserpumpe. Ja, früher oder später wird das Wasser hier ausgeht, ne? Glaube ich ganz schwer. Ganz brutal. Guck mal, Wasser. Wer braucht hier alles Wasser? Hier braucht alle Wasser, hier. Das ist ja furchtbar. Das ist ja schlimmer wie, ne? So. Wasser. Ich hoffe, ich kann den da hinbauen. Ohne dass der am, dass der am Durchdrehen ist. So. Wasseranschluss und dann lieb's noch ein Wasserturm hier hin, ne? 15 Tonnen. Warum ist da 15 Tonnen Stahl drinne? Was hat das für einen kleinen? 70 Kubikmeter. Komm. Ein kleiner reicht. Das war echt klein. Da gibt ja nur einen Anschluss dran. Na ja, gut. Lieber klein als kein. So, zack. Mittlere Wasserleitung. Komm, haben wir die kleine? Was macht die kleine denn? Komm, wir nehmen die mittlere. Mittlere. So. Mittlere, mittlere, mittlere. Ziehen wir mal da raus. Und da rein. So, da hin. Und von da nach. Da reicht die kleine auch normalerweise. Egal. Nehmen wir so hin. So, mach mal. Dann haben wir Wasser schon mal dahin. Das ist doch schon mal großartig. So, jetzt müssen wir natürlich auch nochmal. Der Furz muss raus. Das muss ja auch noch passieren. Die Jauche muss weg. Wo ist denn hier? Was macht die? So. Warum will der hier nicht hin? Da. Was ist da wieder? Da. Warum nicht? Was ist denn da eng? Äh, zu. Eng. Mach die doch mal da ran. So. Alles abgedeckt. Wunderbar. Da hin. Zack. So. Und die Jauche läuft schön weit hier raus. Dann ist die auch weg. Ähm, und zwar. Nein, nicht schön. Äh. Nicht schön. Warum nicht? Muss im Wasser sein. Darf nicht auf dem Wasser sein. Muss, was? Du kannst dich entscheiden. Ach, das ist ja wieder mal sowas von. Also, ähnlich. Ähm. Ach, unsere Jungs haben mal Zeit hier. Die haben mal Zeit für uns, was zu machen hier. Das ist ja so großartig. Das finde ich mal ganz, ganz, äh, ne? Jawoll. So. Wasser. Dahin. Bop. Ab ist Wasser. So, jetzt kriegst du auch noch ein Rohr da ran. Kleines Abwasserrohr reicht. Von da nach hier runter, das ist, äh, das ist da ein Weg. Über dem Gelände? Ach. Ähm. Da ist schön. Zwei Meter. Zwei, ja, ja, das läuft. Dat läuft da runter. So. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Fußweg, glaube ich, ne? So. So. Jetzt darf ich ja auch da rankommen, falls es brennen sollte am Abwasserrohr. So. Kann ich Ihnen eine Flasche von zu Hause mitbringen? Wofür nehmen wir? Dafür sind Sie ja da. Ähm. Steht hier, äh, Daniel, nicht am Badestratt? Badestratt? Da will keiner baden. Deh. Nee. Da will keiner baden. Ja, das ist, äh, das Thema ist sowas von, ne? Nee. Heute nicht. Fehlt Ressource Stoff. So, jetzt haben wir schon mal das zusammen. Das ist schon mal großartig. Hier soll Stoff rein. So. Nachrichten mit dem Lager leer? Ne? Ne, hau Stoff rein. Stoff ist schön. Ähm. Dafür müssen wir erstmal hier Leute... Ach, wir müssen auch Leute rankriegen. Das ist auch das Problem. Und wir müssen auch noch hier, ähm, irgendwie Waren rankriegen, ne? Weil das ist ja irgendwie weit weg von, von fertig. Was geht denn da rein? Kann pflanzen? 16 Tonnen. Ui, ui, ui. Das wird lustig. Was haben wir denn sonst hier noch fertig? Was haben wir hier denn noch? Beim Verteilbüro. Guck mal hier. Das ist doch was Schönes. Was haben wir hier denn? Verteiler. Verteiler statt 1. Großartig. Die fahren was? Lebensmittel? Ne, Lebensmittel fahren die gar nicht. Was machen die denn hier? Das ist technische Dienstleistung? Was fahrt ihr so hin und her? Doch, Lebensmittel machen die auch. Fleischlagerkneipe. Wunderbar. Die fahren den ganzen Kram an. So soll's sein. So, was haben wir hier vorne? Abrissbüro. Nehmen wir das hier mal. Oh, da ist ja wieder 45 Sachen auf hier. Das ist ja furchtbar. Mein Gott. Warum denn nicht? Macht doch schön. Schön, ja. Macht schön. Ach, Gottes Willen. So, wie viel Einnahmen haben wir denn gerade? Ja, das ist übersichtlich, ne? Ach doch. Ach, das ist übersichtlich. Das wird schon, wird schon werden. Ähm. Das muss dringend fertig. Das muss dringend fertig. Und dann muss denn wir hier mal Vorfahrt, ne? So. Wühlhot. Wir auch. So. Hier haben wir schon. Gut. So, Strom ist ran. Da sind die am wühlen. Ich mach' ein bisschen schneller hier. Das ist mit Gas. So. Und, ähm. Wenn das denn soweit ist hier. Ne, wir müssen ja unbedingt sehen, dass hier Pflanzen rankommen. Das ist wichtig. Das ist auch wichtig, dass es fertig wird. Ja gut, da gehört der andere Hand auch zu, ne? Das ist das Problem. Wir brauchen eine Straße. Na gut. Ich mein, die haben nur zwei Handys, die Leute. Ne, die wohnen nicht so dicht an Chernobyl, dass sie vier haben, aber, ne? Wir müssen die nehmen. Die wir haben. Die mit zwei. So. Ui, 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 ui. Arbeiter hier. Ja, die brauchen wir nachher, dass die uns, dass die hier hochfahren. Wir brauchen einmal, wir brauchen das Verteilbüro, dass wir da oben Pflanzen hingefahren bekommen. Erstmal da hin. Von der Grenze. Weil Bahnhof ist ja noch ein bisschen weit weg. Erstmal müssen wir ein bisschen Kohle schaffen hier, sonst ist es schlecht. Da kann man mit einer Hand abzählen, wie oft dein Chernobyl war. Es waren siebenmal. Oh, wie schön. Ach, wie schön. So, ähm. So, wir haben das wird gebaut. Hier sind wir am wegkarren, wie groß, ne? 124. Oh, der ist bereits wieder gestiegen. 24. So, die fahren weg. Kriegen sie aber nicht hin. Da können wir auch, äh, 500 LKWs hier durchgegenfahren lassen. Das wird nichts. Kriegen wir so nicht weggefahren. Müssen wir nachher mit der Bahn machen. Irgendwann mal. Das aber erstmal nur, damit das hier ein bisschen gebremst wird. Dezent. So, wir müssen sehen, dass wir hier Pflanzen reinkriegen. Dass die hier, äh, dass wir hier Leute reinkriegen. Damit das läuft. Jetzt mach ich gar nicht im Keller gucken. Die Straße unten ist auch gar nicht durch, ne? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist schon fertig, oder was? Alter Freund, ihr seid ja schon... Also, das sind ja Leute von heute. Das ist ja nicht normal. Ihr seid ja richtig gut. Tja. Aber wenn man sich verlassen kann, sind die Bauarbeiter. Das kannst du sagen, was du willst. Die sind echt gut hier. Die können. Die sind hier am Schuften wie die Großen. Apropos, warum sind hier noch so viele LKWs, die hier rumstehen? Warum ist das hier noch nicht leer? Warum nicht? Ha? Warum nicht? Keine Antwort. Ach, das ist immer das Gleiche. So, aber es wird, ne? Wir haben für alles, was da ist, bis auf Stahl. Wir müssen im Knast los. Da mach ich gar nicht drauf gucken. So, hier ist genug drin, ne? Hier ist genug drin, ähm... Ne, hier ist nix drin. Warum ist da nix drin? Leute, was ist denn hier wieder los? Haben wir... Ach, das haben wir noch gar nicht zum Start gebracht, ne? Stimmt. Das haben wir noch gar nicht angeschmissen. Weil hier ja hingefahren wird. Stimmt. Ja, ja. Ja, richtig. Da war doch... Da war... Ja, ja, ja. Da war was. Ich weiß, ich... Da kommst du wieder. Jetzt geht's... Ja, jetzt ist es wieder da. So, auf den hier nehmen wir mal. Ach, den müssen wir umbenennen. Ach, Verteiler. Verteiler. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Pflanzen. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Pflanzen und, ähm... Kleidung. So, dann müssen wir ungefähr wissen, wo wir hin müssen. Wir brauchen Fahrzeuge. Wir brauchen irgendwas mit, äh... Ja, ne? Abgedeckter. Was haben wir denn hier für einen? 12.000 Glanz und 40 kmh. Also weißt du was? Der ist ja vier Jahre unterwegs. Na, der ist auch nicht schneller. Apropos. Schneller. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier denn? Hier ist doch was anderes. 13. 90 Klamotten. 13 Tonnen. Das ist unser Freund. Der wird unser Freund werden. 18.000. Ich will mal Farbe, die ich noch ein bisschen ummarkieren. Hier, rot. So. Zwei. Drei. Vier. So, die vier. So, mein Freund, pass mal auf. Jetzt wird's für dich stressig. Und zwar da hin musst du. Und das Schlimme ist ja, da muss er auch hin, ne? So. Da musst du hin. So, warte mal. Jetzt muss ich sagen. So, beladen mit. Dit da. Und jetzt muss ich leider auch Chemikalien haben, ne? Chemikalien. Passt da gar nicht rein. Doch, da. Entladen. Entladen. In der Stofffabrik entladen. Stoffe. Hä? Die sollen sich produzieren, die Ochsen. So. 80%. Von mir aus 90. So. Dann fällt er auch los. Ne? Ich hoffe, die machen. Fahrt los. Los. Jawoll. Bester Mann. Du holst was? Pflanzen. Bester Mann. Du holst? Chemikalien. Haben wir genug Platz für zwei Wagen hier? Haben wir Platz für Johanberg? So. Haut rein, Jungs. Hier muss fertig. Wisst Bescheid. Hat kein Trinkwasser. Gebäude hat keinen Strom. Fehlen Ressourcen Stoff. Keine Arbeiter. Wenn du und meckern. Nur und quaken. Hier sind wir das gleiche. Immer das gleiche. Da kannst du machen, was du willst. Weißt du. Nie zufrieden mit irgendwas. Mann, Mann, Mann. So. Hürt. Weil da können wir schon mal Stoffe herstellen. Wut, wut. Ne? Und dann können wir schon mal anfangen und Kleidung zusammen stricken. Das wird so gut wie das. Das habe ich ein Gefühl. Die ist noch gar nicht fertig. Was ist denn hier los? Ach, das ist mir das Problem. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Wenn das fertig ist, dann kommen die da nicht mehr ran. Dann kriegen die das nicht mehr hin. Dann will die auch nicht beigehen. Ich weiß auch nicht, warum. Acht Arbeitstage sind noch über. Der macht aber nichts. Da kommen sie nicht hin. Das ist immer dieses Problem. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ist halt so. So. Haben wir. Und zwar diese Richtung da. Hier haben wir auch mittelschwer gepennt. Das hätte gar nicht dabei sein sollen. Hätte nicht. Hätte, hätte. Weißt du? Hm. So, das hier auch eine Richtung. Das hier auch eine Richtung. Ne? Genau. Hier auch mal die Richtung so. Und dann auch mal so die Richtung. Genau. So. Haben wir. Das hier ist die andere Richtung. Aber normalerweise müssen wir die sperren. Das können wir auch machen. Wenn wir sagen. Was soll denn da rein? Bekleidung. Aber da wollen wir erstmal keine Bekleidung drin haben. So. Kleidung raus. Siehst du wohl. Haben wir doch. Schön. Wunderbar. Warenhaus. Lager. Stoff. Und. Chemie. Stoff und Chemie muss da rein. Zack. Das haben wir. Hier haben wir ein Lager. Äh. Zack. Kleidung. So. Auch das ist geritzt. Ah. Das Ding ist fertig. Stört. Kein Stördürm. Das ist natürlich doof. Warum ist da kein Strom? Was ist denn hier los? Ist das noch gar nicht fertig? Ach. Die Leitung ist noch gar nicht dran. Leute. Macht mal hinne da. Ne? Das muss ja mal fertig werden. Sonst ist hier. Ne? Sonst ist hier. Die Maschinen laufen nicht. Und mit der Hand kubeln. Da kriegst du ja einen Krampf. So. Warte mal. Wir brauchen Fahrzeuge. Was haben wir eigentlich im Westen? Haben wir da einen einigermaßen vernünftigen Bus hier? Was ist mit dem hier? Oh. Guck mal hier. Der ist doch. Der gibt's doch auch eine schöne Farbe. Hui. Oh ja. Der ist doch. Ne? Für drei. Oh. Guck mal hier. So. Wir machen gleich mal vier Stück von der Sorte. Schön. Wenn wir die schon haben, sollen wir den dann nutzen. So. Ähm. Jetzt haben wir den. Wir müssen hier glaube ich noch eine Endhaltestelle bauen, wa? Ich glaube hier noch irgendwie da auf dieser Seite eine Endhaltestelle oder hier unten hinproppen. Ich glaube wäre nicht verkehrt, ne? Das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch machen. Müssen wir. Müssen wir. Müssen wir. Müssen wir. So. Dahin. Und du musst dann dahin fahren. Und zwar dorthin. So. Presto. Warte mal. Wo waren die anderen jetzt? Da. Äh. So. Hühot. Fahr los, du Freund. Der Sonne. Hier natürlich auch. Weil ihr sportlich mit dabei seid. Jetzt fährt hier ein bisschen westlicher Kram durchgegen. Sind ja auch wesentlich schneller. Guck dir das mal an. Hier, du. Da ist ja. Ne? Hier wird überholt, dass das nur so rumpelt. So. Wir brauchen eine Endhaltestelle. Die werden wir mal hierhin operieren. Wartung, Wartung für Bürgerfracht. Hast du nicht gesehen? Autohändler Bad Wunschbahnhof. Äh. Wo ist die Endhaltestelle? Wo ist denn die in der Endhaltestelle? Ich brauche eine Endhaltestelle. Wo sind die? Wo ist denn die? Wir hatten die... Da hat einer die Endhaltestelle verschenkt. Bushaltestelle. Busbahnhof. 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 Bus. Bushaltestelle. Ne. Beim Depot. Ach da. Ach hier. Da. Bus-Endhaltestelle groß. Klein. Klein und fein. Klein und fein nehmen wir. Die passt hier wunderbar schön zwischen. Ja, die brauchen die große eigentlich, ne? Eigentlich brauchen wir die große. Ja, die große ist auch nicht viel größer. Die nehmen wir doch. Die ist sozusagen geschenkt. Äh. Genommen. So. Machen wir mal hier unten hin. Äh. So. Ein bisschen Stadlasse hier rausziehen. So. Ein bisschen da verbinden und dann bauen. Bitteschön. So. Haben wir das auch? Wohnt niemand? Da wohnt auch niemand? Ja, jetzt haben wir hier schon mal, ne? Das Kabel drin. 41 Prozent. Können nicht arbeiten. Was ist denn hier los? Das ist noch nicht, ist das noch gar nicht gestartet oder was ist los hier? Ach nee, ihr könnt da gar nicht hinkommen. Ich sehe gerade. Das müssen wir doch mal ändern hier. Warte mal Sekunde. Den kreisenden Verkehr. Und zwar. Ach. Umbauen. Das muss ja. Weiß ich gar nicht. Muss das so? Nee, das muss nicht. Das muss nach links und rechts nicht verbunden werden. Boah, das war auf jeden Fall jetzt mal hier. Darüber. Normal müsste hier so eine Art Kreuzung rein, ne? Zack. Geht das überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Da wieder durch. Weiß nicht, wie da so eine Kreuzung reinpasst. Ach, da will er nicht hin. Weil da der Fußweg ist. Okay. Ja Gott, daneben nicht. Mein Gott. Da kannst du jedem recht machen. Da rein. Dann müssen wir hier aber wieder zurück, ne? Das ist eigentlich irgendwie doof. Das ist irgendwie, das gefällt mir irgendwie. Das ist irgendwie Panne. Das war doch anders mal besser, oder? Das war doch mal besser gebaut. Ich weiß nicht, wo so Panne gerade aussieht, wenn man es verbindet hier. Ist das besser? Nee. Ich muss das mal rausnehmen, was wir auch nochmal versuchen hier. Das sieht besser aus. Warum ist das denn okay? So. Jetzt komme ich oben aber nicht hin. Doch. Ui. Das geht sogar. Guck mal hier einen an. So will ich das gerne haben. Und das möchte ich hier genauso. Dahin. Und einmal von da nach. Dahin. So. Mit der Hoffnung, dass es klappt. Müssen wir mal schauen. So. Hier ist genau das gleiche Spiel, ne? Einmal nach. Warum ist denn da eigentlich ein Verbinder? Warte mal. Ich konnte mir den irgendwie rausnehmen, ne? War das nicht so? Irgendwo konnten wir den wegnehmen. Da. Schön. So. Wo war noch? Hier. Da. Den kann man nicht rausnehmen. Nein. Das ist gut. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, warum hier oben ein Verbinder ist. So. Und zwar. Zack. Nein, mal zurück, ne? So. Und das gleiche hier nochmal. So. Und dann von hier noch dort. So. Okay. Von hier nochmal ein Verbinder hier raus. Das geht auch. Ist die Frage nur, wo er hingeht, ne? Ob er zu beiden Seiten läuft oder zu einer Seite. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Wenn ich den hier rausziehe. Der zieht den da mit. Hm. Doof gelaufen. Sagt man. So. Der wär schön. Der wär auch schön. Aber das geht irgendwie nicht. Warum nicht? Weil. Warum müsst ihr da nicht hin? Da geht. Okay. Warte mal. Dann muss ich da ran. So. Das haut hin. Dann müssen wir oben auch nochmal, ne? Da ran. Und da ran. So. Jetzt kommen wir hier auch nochmal ran. So. Und einmal. Aber das ist ein langes Ende. So. Bloß hier nicht, ne? Hier kriegen wir die nicht vernünftig rausgedreht. Die Einfahrt kriegen wir hier. Das passt. So. Schön. Ja. Jetzt haben wir hier wieder. Warum sind hier. Warum sind hier Blockaden drin? Warum ist hier eine Blockade drin? Warum ist das da? Hier nutzt ihr nicht. Warum nicht? Weil. 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 Weil was? Ach Leute. Was denn das wieder? Warum ist hier eine Blockade drin? Warum ist das hier? Warum ist da ein. Hä? Hier oben genauso. Warum das? Ich verstehe es nicht. Warum ist da eine Blockade drin? Der nutzt die auch nicht, ne? Der nutzt auch diese Straße nicht. Warum nicht? Ich habe keine Ahnung, warum man die nicht nutzt. Warte mal, bau das mal mit Dollars hier. Reiß das mal ab hier. So. So. So, nochmal. Da sagt er okay. Da ist er auch grün. Warum ist denn, warum ist das denn hier? Mach mal bis dahin. Ach, das ist schöner. Okay. Ah Gott. So. Aber auf jeden Fall, die Folge ist durch. Da sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Oh, da hätten wir jetzt schon langsam. Doch, das wird schon langsam hell.